Und wer wird als erstes zustechen? Es ist ja nur Cybermonkey in der Mitte Cybermonkey gegen Electrigger Sie wollen ein bisschen locken Und da kommt der Klick Okay doch keine Knife-Runde So dann starten wir in die erste Runde Ich gehe mal direkt wieder in die Mitte Um hier das alles schön einzufangen Bin gespannt welche Taktik verfolgt wird von den beiden Teams Team Arise gegen Vulcanion Royal Es beginnt die Knife-Runde Wer wird das First Blood abgeben Die Granaten fliegen Sehr eng hier hat man nicht wirklich viel Spielraum irgendwelche Taktiken zu verfolgen Hier gibt es nur rein und zustechen und vielleicht auch wieder raus Wer wird sich trauen den ersten Stich zu machen Beziehungsweise wer wird den ersten Stich machen Beide Teams sehr verhalten Einer muss den Anfang machen Ist aber natürlich hier extrem schwierig Weil es extrem eng ist Das ist vor Exit-Folk Team Das Vogelzwitschen im Hintergrund Ja Gucken wir mal wer zu sticht Selten so eine langsame Knife-Runde gesehen Jetzt kommt gleich Corgi Meister drüber gesprungen Das ist Sparta Und der sticht zu und es Und der sticht Oh Gott ich komm gar nicht wieder her Es ist die CT-Runde Mal sehen welche Seite sie sich entscheiden Team Arise bleibt auf der CT-Seite Ja dann gucken wir uns das mal an Wir haben eine AK bei Elektriger Wo ist der Restart Ja Die AK in der ersten Runde Ready und es kann beginnen in einer Sekunde Team Arise gegen Volt Canyon Royal Mal sehen was sie aus ihrem Vorteil machen Dass sie auf der CT-Seite anfangen Auf T-Seite kommt die erste Tag 9 Die Zeit werden Granaten gekauft Ansonsten Granaten Wir haben hier 2 auf B Und 3 auf A Für die TS kommt der geschlossene A go bis jetzt Wird vorbereitet Wird erste Kontakt Cybermonkey Youtube Steffen steht oben am Teppichgang und wartet Wird vermutlich den ersten Kontakt haben B traut sich in Banane zu piepen Und da muss der Klick kommen Yolo D Sofort der Wechselauf Korbmeister geht In lang Aimed Short Cybermonkey Und Cybermonkey holt 3 Das waren wichtige Fracks Jetzt muss von Dommel was kommen Elektriger steht allein auf weitem Feld Und holt noch einen Frack Wahnsinnig gespielt Und den zweiten Frack noch Von beiden Seiten gut gespielt Hier hat auf jeden Fall Elektriger noch 2 gute Fracks und wichtige Fracks raus geholt Und jetzt gucken wir mal Und da hat er den Howling Dawn Aufkleber auf der Glock 18 Candy Apple Scout und ein Piece auf der CT Seite Und die Tackle kommt Von den T's Wird das ein schneller B go oder Yolo D Und Korkimeister werden B den ersten Kontakt haben Und der Rush kommt in die Banane rein Banane ist gesmoked von Arrays Mal sehen was hier Korkimeister mit der UMP anrichten kann Sind schon zu dritt auf B Gut predicted Zwei UMPs warten hier auf den Rush von den T's Wird Royal Exit hier Seinen Entry Frack machen Wird langsam schon wieder nach hinten abgesichert Beziehungsweise geschoben eventuell Die Flashes kommen auf B Es wird angefakt Und es wird ein schneller Mitrush Ja hier warten auf jeden Fall Cybermonkey Wird den ersten Kontakt haben Die Granate fliegt Die Granate ist gut Die P90 funktioniert Er ist down Hier mal sehen ob Dommel mit der Scout Oh er geht die gehen gar nicht lang Was für ein Wahnsinn Die Bombe ist geplantet 4 auf dem Spot Wird schwierig die Runde zu holen Aber wer weiß Da hat Dommel einen gesehen auf dem Spot Ja Yolo die kommt hier über Short Korkimeister on Spot mittlerweile mit der MP Rusht jetzt entgegen Richtung Pit T's spielen sehr defensiv Die Hühnersuppe wird hier geholt Von Domme Und jetzt kommt hier Exit Und kriegt den Frack Und schaffen sie es noch zu defusen Ganz knappe Geschichte Ganz knappe Geschichte Nein sie schaffen es nicht Well played Die Runde noch geholt So dann steht es jetzt zumindest mal 1 gegen 1 zu 1 War eine ganz knappe Geschichte auf jeden Fall So da haben wir die Diegel auf der CT Seite Ja CTs sparen wohl ein bisschen rein Eko auf der CT Seite Und jetzt wird es auf jeden Fall schwierig Das wird ein 2nd mit Hier wird gleich der erste Kontakt mit der Diegel von Domme Und der Hit ist da Extra dem Hausmeister Im Pit muss er jetzt hier rein halten Es wird noch nicht so ganz sicher was gemacht wird Der Pick ist da Jetzt schaut hier Electrigger Tastet mal auf B an Faked ein bisschen an Kommt die CT smoke Cybermonkey wurde auf lang geholt Corki Meister will hier pushen YouTube Steffen ist jetzt allein auf A Und allein auf weitem Feld kann er den Frack holen 1 Frack 2 1 Frack hat er geholt Jetzt sind sie auf dem Spot Bombes gelegt So man sieht ob Corki Meister den Frack kriegt Nein kriegt er nicht Ich gehe davon aus dass Yolo die Seine Waffe mitnehmen wird 1 zu 4 Wird auf jeden Fall das 2 zu 1 für Vulcanion Schön gespielt auf jeden Fall Da war die Sense da genau durchzugehen Und auf den A Spot drauf Und wenn sie mal auf dem Spot drauf sind Vor allem noch so viele mit Waffen Und die Bombe ist geplant Dann wird der Retag einfach schwierig So dann gehen wir in die nächste Runde Mal sehen was die CTs sich jetzt leisten können Oder ob sie noch eine Echo einschieben Wir werden hier und da ein bisschen was gekauft Eine Granate Die Pistolen Ja, wird gespart So, das Alles wird ein A-Stack Ich denke mal sie werden Mitte runter ruschen Und das sind Fracks Und das sind Fracks Ja, ja Future push 4 mit der Deagle YouTube Steffen und Cyber Mikey verschiebt auf B YouTube Steffen und Spot A Hat er ihn nicht gesehen? Jolo D hat ihn nicht gesehen? Oder Er muss ihn noch gesehen haben Da ist er, da ist der Frack So Cyber Monkey steht hier auf CT Ist aber völlig abgesmoked Die Tees können auf den Auf den Spot Vulcanion Royal ist drauf Und er schießt seinen USP leer Der hat immer noch ein paar Waffen zur Auswahl Jetzt kommen sie zu dritt alle Über CT Und ich denke das wird eine schwere Geschichte Copy Me Meister wird hier Den ein oder anderen Frack holen können Mit der AK Oder bleibt defensiv Was natürlich auch sehr weise ist Ich weiß nicht was sie noch machen wollen Sie versuchen den aggressiven Go Aber da kommen die Kills und Zwei noch in Construction Und Electric radiert kurz durch Und verliert aber noch sein Leben mit der Bombe Aber dürfte kein Problem sein Die haben noch genug Geld zum Kaufen Das ist die dritte Runde 3 zu 1 von Vulcanion Royal Full Buy auf CT Seite Ja, CTs kaufen Hier Future Future hat die AWP Gucken wir mal drauf Ob der Mitte Pick kommt B Haben wir jetzt eine AWP mit Yolo D Ah Yolo D Geht doch direkt zum Truck Wahrscheinlich Ja genau Schon den ersten gesehen in Banana Gucken wir uns mal Yolo D an Yolo D geht defensiv wahrscheinlich ins Kabel Kalki Meister ist hier offensiv von den Sandbags Die Granaten kommen Zehren schon am Leben Exit im Haus Meister Und Yolo D Jetzt wird schnell verschoben über Mitte Ob Dommel hier die Picks runter Ja Dommel hält rein Mit der 1-4 Und da kommt die Cybermonkey mit dem Pick So Jetzt Der A-Aufbau ist Zumindest da Aber wir sind noch nicht so richtig sicher Wo sie jetzt gehen sollen Da kommt ein wichtiger Frag von Dommel Future kommt zum Hausmeister raus Kann er den Pick gegen Dommel holen? Er hat die AWP Er aimt ab Hat sich jetzt aber verraten Beziehungsweise wäre auch Wahrscheinlich Selbstmord gewesen Wenn er da raus gepickt hätte So ich denke mal Sie werden jetzt auf den B-Go gehen Zu viert hier auf A Ist schwierig zu machen Yolo D alleine auf dem B-Spot Mit der AW am Kabel Ah ok es gibt ein Safe Electric Trigger Schaut hier noch für die Exit-Frags Falls sie jagen kommen wollen Aber das wird auf jeden Fall ein Safe War eine gute Entscheidung auf jeden Fall Aber A-Rais lässt sich nicht dazu verleiten Waffe noch zu verlieren Gelassen Vulcanion Saven ja Auf der C-Seite T-Seite ist der Wird gedroppt Und dann reicht es für den Full-Buy 3 zu 2 Immer noch für Vulcanion Royal Bis jetzt ein sehr spannendes Spiel Ist natürlich schon stark Auf jeden Fall schon 3 Runden auf der T-Seite Aber Man darf sich ja noch nicht auf alles Sofort was Spekulieren wie das Spiel weiter geht Deswegen warten wir jetzt einfach ab Und gucken wie das Spiel weiter geht Cybermonkey ist hier in der Mitte Mit Dommeln zusammen Banane wird relativ defensiv Von Magi abgeangt Future Schaut mit der AWP mit Aber die Smoke Sucht vielleicht den Pick Ich bin gespannt Ob Dommel wieder Den One-Click in der Mitte Einsacken kann Es wird nach Jetzt wird es Oh die Granate Das war World Blade von Future auf jeden Fall Und Dommel holt die Arme weg Gegen Pick Jetzt wird es schwierig Hier eine Das Hütter Wissen wo er steht Da kommt die Flash Und der Feuer Der Molotow ist genial Zieht ihm einiges in Leben ran Er kann keinen Pick holen Hier im Pit Youtube Steffen wird geholt War auch eine schwierige Situation Jetzt guckt Dommel hier noch Um sich ein paar Fracks zu holen Aber es sieht ganz so nach aus Bombe wird geplant Oh der ist mit 3 Aber P steht für lang Es wird versucht hier noch was zu machen Es wird nicht aufgeben Die Runde Drei im Pit Das wird gleich Schied gehen Und der holt einen Pick Und den zweiten Pick Kann er predikten dass der dritte im Pit ist? Nein kann er nicht Doch Well played von Elektriga Dass er da so defensiv geblieben ist Und von Maggi Schön gespielt Aber auch schön gespielt von Team Arise Von Domme Von den anderen Wirklich nice gemacht Dass da noch ein paar Fracks geholt worden sind Dass die Runde nicht aufgegeben worden ist 4 zu 2 für Vulcanion Royal Weiter ein High Ping bei Exit Weiter ein High Ping bei Exit Ok es wird weiter gespielt so wie es aussieht Der Full-Buy bei den T's Und eine Famas Eine Deagle Auf CT Seite Future geht wieder für den Pick Wird er diesmal kriegen Hat Domme gekriegt Halbes Leben ist schon weg Hier schaut steht diesmal niemand Domme diesmal defensiv Defensiv ja Die versuchen defensiv den Punkt zu holen Korki Meister wagt sich ein bisschen in die Banane vor Hier ist Korki Meister Steht Geht Ist kurz vorm Verschieben schon Überlegt sich das jetzt nochmal anders Das wird ein B Yoludi steht hier noch an Kabel mit der USPS Und jetzt kommt der Bego Abgeaimt Yoludi muss jetzt hier mit der USP regeln Aber das wird nichts Schön gespielt Jetzt kommt Domme mit der Desert Eagle Sie sind schon auf den Spot Wird noch durchsucht Und da kommt der Frag Das wird eine leichte Runde für Cybermonkey mit der Farmers Gekauft Er muss jetzt hier was reißen Damit sich das bezahlt gemacht hat Wird er gepusht Und kriegt den Headshot Da bleibt nicht mehr viel übrig Die 5-7 zu safen Eventuell noch ein Exit Frag zu holen Oh den hätte er eben holen können Aber er pusht ihn nicht Sonst wäre er vielleicht jetzt schon Er geht safen Er safet die 5-7 Ist ja In dieser Situation wahrscheinlich Ja ob es jetzt so sinnvoll ist Hätten wir vielleicht noch einen Exit Frag holen können Aber vielleicht schafft er das jetzt hier noch eine Banane Magi bleibt stehen Ja oder da kommt der Frag aufstehen Und da kommt der Headshot noch Oder der hat noch den Klick geholt So Seht ihr seite sehe ich wieder nur eine Pistel Genauer 5-7 Vulcanion Royale hat noch immer den Full bei und macht sich dick Immer mehr Geld 5-2 für Vulcanion Royale So jetzt Wieder erstmal die Standardaufstellung Diesmal 3 auf B Future ist sie wieder bereit Wartet die Smoke ab Wieder die B-Aufstellung von Vulcanion CT steht jetzt schon 3 auf B Und einer ist bereit zum Verschieben Domme ist allein auf A Defensiv im Pit Future schaut hier für den Pick Tastet sich langsam und vorsichtig vor Short steht niemand Exit und 4-Share Mitte oben Wundern sich wahrscheinlich warum sie noch keinen gesehen haben Corby Meister macht hier den ersten aggressiven Pick Und wird hier stark getroffen 4 HP Jetzt geht es zurück Vielleicht jetzt wird nochmal reingefakt Die 3er Gruppe traut sich nicht höher als Mitte oben Die Rechnung nicht damit dass nur einer auf A steht Schnelle go Da kommt schnell Verschobene Die Frage ist ob Domme Den Kill holen kann Und seine Mates Ein bisschen Zeit verschaffen kann Er hört sie Aber da hat er wenig Chancen Exit hat ihn geholt Future holt hier die Picks weg Die verschieben Und sieht schon aus Die Runde ist auf jeden Fall Gelaufen Ich weiß nicht ob hier noch ein bisschen von Exit-Frag geschaut wird Aber im Endeffekt Ich gehe nicht von aus Ich gehe wieder von einem Safe in der 5-7 aus Könnten wir aber vielleicht nochmal rein Reingehen ein bisschen Geld haben sie jetzt 5-7 wenn sie ihr Waffen kaufen Dann könnten wir noch einen Pick holen Und schade Hätte noch was sein können Vielleicht holt er noch Den einen oder anderen Aber alles in der Welt Schade Hätte man mit Sicherheit ein bisschen aggressiver vorangehen können Aber jetzt kommt der bei Domme kriegt die AWP in Mitte Bin ich jetzt mal gespannt Bleib mal auf Domme drauf Ob er da den Pick bekommt Gegen Maggi wird er jetzt wahrscheinlich spielen Maggi ist übrigens der Stand-In für Schocks Der normal mit AWP spielt Main-AVP bei Old Canyon Gehen wir gerade mal hier auf Maggi Der steht auch in der Banane mit der AWP Und guckt jetzt vielleicht in der Mitte den Frag Gegen Domme zu holen Domme hat er auf jeden Fall schon den wichtigen Frag geholt in der Mitte Yolo D und Corgi Meister auf B Defensiver jetzt Haben eben versucht Banane Den Entry-Frag zu kriegen Exit geht hier in den Teppichgang Und versucht mal ein bisschen anzutasten Was hier auf A los ist Und da wurde gesehen von Crave Yars Und er holt Elektriker weg Und noch ein Kill in der Banane Und da kommt Maggi mit der AWP Geht jetzt aber zurück Well-Blade auf jeden Fall Das wird die Save-Round Für die Vulcanion Royals Da wird danach gefragt wie viel HP am Leben übrig ist Ja Corgi hat leider noch 81 Die haben ihn fast nicht getroffen Exit steht hier auf dem Balkon Können vielleicht noch Hier und da was picken Maggi wartet auf Corgi Meister Ich bin gespannt ob Maggi da noch ein Kill mitnehmen kann Und er holt ihn Er holt ihn Wahnsinniger Kill Der Rest von Team Arise Defensiv War auf jeden Fall ein Statement von Maggi den Kill direkt zu holen Und da hat sich auch niemand mehr hingetraut Macht Sinn So Wir haben Den Full Buy auf T-Seite Dome mit AWP Ich bin mal gespannt Gegen Maggi Ich bleib direkt mal auf Maggi drauf Macht gegen Maggi Er geht nicht für den First-Frag Er geht nicht für den First-Frag Er geht jetzt Maggi bewegt sich Hin und her Dome geht jetzt auch dem Sie wurde abgesmoked Falsche Mitte wird sich aufgebaut Corgi Meister und Future Und Future geht wieder wie gewohnt in die Mitte Um wieder für den Pick zu holen Pick zu schauen Maggi und Exit versuchen es wieder in der Banane Versuchen den Entry Ja, Inferno ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Map Da muss man immer im Prinzip gucken wo man den Pick bekommt Aber Ist alles immer leichter gesagt als getan Und hier Corgi Meister hat das Oh ne ganz knappe Geschichte ist natürlich gemein Wir sehen hier das alles durch die Wände durch Aber ja So, es ist alles ein bisschen defensiv Corgi Meister steht hier extrem gefährlich Und Corgi Meister geht zurück in die Ruinen Der Spot ist abgesmoked Der Spot brennt Und es wird wahrscheinlich der Argo Dome holt hier einen wichtigen Pick mit der Arwe Und kriegt er den zweiten, er kriegt den zweiten Pick Und kriegt er den dritten, er kriegt den dritten Jetzt kommt nur noch Elektriger Exit wurde auch geholt Wahnsinnig gespielt von Dome hier in der Runde Elektriger im Im Fuchsbau Über ihn laufen sie lang Sie 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 schauen nicht mehr rein Elektriger macht das ja ehlen Elektriger macht das ja ehlen Wird er sich trauen noch einen jetzt Aftertime zu holen? Ne Es ist, oder? Müsst es nicht, aber Well played Gut gesaved Aber schön gemacht hier von der CT-Seite Es ist 6-4 für Vulcanion Royal So, da haben wir jetzt keine AWP auf der T-Seite Ich schaue jetzt mal direkt wieder auf Dome, was hier in der Mitte gemacht wird Es wird der schnelle B-Go Nein, wird er nicht Sie bauen sich aber für die Banane auf Yolo D Schaut mit der AWP auf Future könnte hier den Pick gegen Dome holen, oder? Na, Dome geht defensiv Bevor er hier von der Seite ran konnte Oh, Yolo D trifft mit der AWP Aber 16 hat Und jetzt holt er mit der 5-7 den Headshot Oh, Yolo D Exit Und hier Die Granate sitzt auf jeden Fall So, der Future lerkt noch ein bisschen Und Trigger Mal sehen, ob Trigger hier was holen kann noch Dome aimt weiter Corki Meister Ja, ist schwierig Dome holt in der Mitte Future War auch wieder ein wichtiger Frag Jetzt müssen sie fast für B gehen Bisschen wurde auch schon abgezogen Durch die, durch die Smoke Und da wieder getroffen Da war wieder der Hit Magi Magi schleicht sich in den Smoke Und Flasht nach Und geht raus und holt den Frag gegen Corki Meister Schön mal Da kommt der Gegenfleck von Yolo Und jetzt geht's auf Zeit Kommen wir über die City Base Schafft er es noch rechtzeitig? Abgesmoked Wichtiges Smoke Ganz wichtiges Smoke für die Zeit zum Blenden Aber Aber schafft er es Er holt den Frag Sehr schöner Headshot Well played Schöner Versuch von Vulcanion Royal auf jeden Fall Aber schön gemacht wieder Von Team Arise 6 zu 5 Es wird auf jeden Fall spannend Auf jeden Fall ist es natürlich Muss man auch sehen Inferno 6 Wins schon auf T-Seite Ist schon auf jeden Fall eine starke Leistung Von dem her Haben wir die 1 UMP bei Corki Meister Und 4x AK Ich bin mal gespannt was gemacht wird Domme ich bleib jetzt mal auf Domme Da geht es in die falsche Mitte Wenn ich das richtig sehe Future diesmal Liner in der Banane Yolo D Aimt mit AWP ab Und Future kriegt den Entry Frag gegen Yolo D Und jetzt wird es spannend Verschieben sie oder Bleiben noch fest auf A stehen Corgi Meister steht hier noch eine Banane Royal traut sich in den Teppichgang Er trifft ihn Corgi Meister zieht sich ins Kabel zurück Hausmeister kommt jetzt Exit Gegen Cybermonkey Ziemlich schwierig da jetzt raus was zu machen Ich bin gespannt ob der P Kommt Future kommt zurück in die Mitte Und jetzt kommt denke ich mal der Argo Sehr gut gespielte Flash Jetzt kommt der Go Rise Cybermonkey Muss hier aufpassen Steht gut Kriegt den Frag nicht Domme ist noch am Start Holt den Frag Und jetzt muss Muss verschoben werden Yolo D Muss auf A kommen Und zwar richtig schnell Sie ist Vulcanion Royal steht extrem gut Gar kann nichts geholt werden Von Domme hier Und jetzt sind es 2 AWPs Und niemand zeigt sich Das ist natürlich schwierig Das ist natürlich schwierig Es wird Entschieden Gibt es wird Gibt es ein Save oder Corki Meister kann hier nichts machen Ich gehe raus das versuchen werden Die Exit Freaks zu holen Corki Meister geht schon zurück Da wäre die Chance gewesen Start Jetzt muss er aufpassen Dass er nicht selber geholt wird Elektriger bleibt auf im Archway Beide AWPs durchbekommen Ja Well played 7 zu 5 für Vulcanion Royal So Es gibt auf der CT Seite jetzt 2 AWPs Immer noch natürlich Weil sie gesaved haben Und 5 mal die AK auf Bei Vulcan Vulcan Vulcanion Royal Ich bleibe einfach direkt mal auf Domme Gucke für den mittleren Pick Die Bombe liegt noch an der T-Ramp Diesmal ein bisschen offensiver In der Banane Corki Meister Sehr offensiv In der Banane Corki Meister Wurde hier schon alarmiert Weil er die Kugeln neben sich Einschlagen Gesehen hat Jetzt ist hier Future Gegen Corki Meister Im Teppichgang Exit holt den ersten Frag Und kriegt den gegen Frag Im Teppichgang Aber Corki Meister Bleibt auf Banane Läuft aber jetzt auch zurück zur Mitte Future geht offensiv rein Und frisst die Granate Dommer ähmt schon ab Er wartet auf Future YouTube Steffen steht Und er holt den Pick Jetzt ist schon wieder die Frage Was machen 2 auf A 2 auf B Wird noch nicht verschoben Dommer spielt sehr stark Sehr stark Das Spiel von Dommer Und da wird Maggi geholt YouTube holt den 2 Was macht der Electric Trigger Hat die Bombe Es wird verschoben auf A Er versucht durch den Teppichgang Ich bin gespannt ob er hier noch einen holen kann Dommer ähmt schon mit der AWP drauf Er hat ihn eben gesehen Und da kommt der Molotow Der sitzt auf jeden Fall Und Corki Meister holt den Frag Well played Muss man sagen Dennoch wird es schwer für Rays auf T-Side Weil Volcanion schon 7 Runden geholt hat Volcanion überzeugt hier auf jeden Fall Ein solides Spiel 7 Runden auf T-Seite Richtig stark Einmal Rüstung bei Electric Trigger Ansonsten nur 2 Tech Nines Pistols Wir haben immer noch 2 AKs Es wird ein schneller B-Run Corki Meister rennt schon zurück Ja Jolodi Sehr defensiv im Dark Egg Und da könnt ihr den Pick kriegen Er kriegt den Pick Wahnsinn Elektriger Und der hat den 2. Pick Und den 3. Pick Wahnsinn Corki Meister und Jolodi Halten hier B On the Rocks Man muss halt dazu sagen Es war halt eine Spar-Runde Die sind voll drauf gefahren Aber trotzdem Well played Kein Frag verloren Aber tut jetzt Volcanion Royal auch nicht so weh Außer dass es der Ausgleich ist Aber immer noch zu stark Auf jeden Fall 7 Runden Und da musste das Wünchen sterben Ich bleib mal bei Jolodi Ob ihr hier den Entry Frag mit der AWP bekommt Diesmal nicht ganz so offensiv in der Banane Aber dennoch zu dritt Und der Entry Frag sitzt Exit in der 2nd Mid Corki Meister schaut hier Schräger Kommt auch über die Säcken mit Exit schaut für den Entry Frag Geht über den Balkon rein Verschoben auf die Mitte Ja Ja Jetzt sieht wieder aus Jolodi sehr defensiv Und Corki Meister läuft die Banane runter Cybermonkey kriegt den Hit nicht Die Granate könnte connecten Wenn Corki Meister sich jetzt traut Kann er von hinten Ja Corki Meister holen Aber bleibt Bleibt auf jeden Fall defensiv Corki Meister schaut für den Frag Genauso wie Exit Cybermonkey Nehmt schon ab Da kommt der Go Den muss er haben Den muss er haben Schön gespielt In Shot Und die AWP steht YouTube Steffen Domme Domme haut wieder 3 Kills rein 2 AWP Eine Desert Eagle Und ja das war auf jeden Fall eine starke Halbzeit Good Half kann man da auf jeden Fall sagen Wahnsinn gespielt von beiden Teams Richtig spannendes Spiel Hier sehen wir mal kurz eben die Stats Wie es so aussieht Domme mit 18 Kills Top Fragger So was haben wir hier in der ersten Runde 2B 3A Domme mit der Bombe alleine Richtung Bananen unterwegs Aber bleibt defensiv noch Cybermonkey schaut hier für den Für den Pick Und hier findet er Elektriger Der geht aber direkt defensiv zurück Maggi und Corby Ich denke es wird der B Go Oh Maggi Hat überlegt zu verschieben Maggi ist am Ja aber Predicted gut bleibt Corby Meister holt den ersten Kill Korby Meister holt den zweiten Jetzt muss hier Nein das war der Fall Cybermonkey steht noch Aber den Kriegt er den Frag Den dritten Frag YouTube Steffen ist hier alleine In der Banane Position ist bekannt Bombe ist auf dem Spot Relativ aussichtslos Aber ich sag jetzt mal ganz blöd P250 saveen brauchen wir nicht Schön gespielt von Vulcanian Royal 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 8 zu 8 Ausgleich Ja und jetzt haben wir hier Natürlich den Den Bei auf der CT Seite Was heißt natürlich aber den Force Bei Durch das Gewonnen Durch die gewonnene Runde Und jetzt bin ich mal gespannt was es gibt Jetzt wieder 3 A 2 B Bei Yolody Könnt denn schneller Argo werden Argo durch das Haus Und Future wartet draußen schon Future wartet Yolody wird hier Abgeschlachtet Holt den ersten Holt den zweiten Kriegt den Gegenfrag 3 Frags geholt So einer ist noch in short Wird er den Pick kriegen Electric ist down 2 gegen 1 Er wird legen Er schafft es Wenn jetzt hier den Pick hat Wenn er den Pick holt Er hat den Pick Er hat den Pick Er kann jetzt Er kann es holen Kann es holen Magi kommt Und YouTube Jetzt kann er hier natürlich auf Zeit spielen Er weiß aber nicht wo er ist 22 HP Er hat Diffuse Kit Er könnte es durchziehen Er könnte es durchziehen Er faked aber an Er faked an Argo holt den Er holt den Frag Schön gespielt Und das ist es Ich wollte es gerade schon sagen Aber es ist das 9 zu 8 Für Vulcanion Royal Dennoch 3 schöne Kills Von YouTube Steffen Ja Müssen auf jeden Fall Die CTs müssen wieder reinkaufen Sie haben einige Waffen abgenommen 4 AK Und eine Galil Auf der Terrorseite Und wir haben die P90 2 Famas Und 2 M4 Auf der CT Seite Standardaufstellung 2 B3 A Und Yolo D offensiv mit der Nate Aber Corby Meister und Magi sind defensiv auf dem Spot Die erwarten den Rush eventuell Domi geht hier nach vorne Versucht vielleicht den Entry Pick zu holen Exit Aimt aber stark ab Elektriger steht auch bereit Magi mit der P90 Bei Cable YouTube Stefan holt den ersten Pick Corby Meister geht vor Aber da kommt die Flash YouTube Stefan holt den nächsten Frack Corby Meister tötet Corby Meister Jetzt gibt es hier noch Corby Meister gegen Und er Er zieht es nicht kommen Magi holt den Kill Sie sind jetzt auf dem Spot Elektriger ist hier noch Um was zu machen Aber die Bombe kommt jetzt erst via Express durch den Teppich Gang Alles schön abgeschottet Domi aimt ab Magi durch den Arsch Geht aber jetzt defensiv Jetzt wird Magi hier den First Pick kriegen Sie stehen sehr sehr defensiv im Spot Eine schwierige Situation YouTube Stefan oben auf dem Graveyard Bin gespannt ob Magi damit rechnet Elektriger geht ran Jetzt müssen die da zusammen drauf gehen Und Yolo die macht es Schön gemacht Auf jeden Fall Wieder der Ausgleich 9 zu 9 Wahnsinnig spannendes Spiel Drei mal Kevlar Vier mal Kevlar Auf der CT Seite Wir haben 5 AKs auf der T Seite Granaten Zu viert auf B in dieser Runde Wenn jetzt ein Argo von Team Arise kommt So wie es aussieht über die Second Mid Da kommt die Granate Moment Dommel geht hier offensiv Offensiv Geht durch Elektriger geht vielleicht ran Jetzt für den Für den Für den Pick Hühner 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 Suppe und Future verschieben schon Und Elektriger Direktriger Und B ist frei Da wird verschoben Und was wird jetzt gemacht Auf T Seite Die Bombe geht In die Banane Und da wird der nächste Pick geholt Und jetzt sind sie drauf Mitholt Future YouTube Steffen 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 Magi geht hier schon für den Save Und Future auch Nächste Runde für Team Arise 10 zu 9 Es ist ein unglaublich spannendes Spiel Hier wird gesaved Neben dem Hühnchen Ja Ja Geld auf CT Seite Sieht nicht so gut aus Daher war es auf jeden Fall wichtig Dass die zwei AKs gesaved worden sind Plus Kevlar Und Wir verlieren noch einen Spieler Auf der T Seite Durch die Bombe Aber Das sollten sie Überwinden Eigentlich unnötig Eigentlich unnötig Aber Eine gewohne Runde ist immer wichtiger Das andere So jetzt haben wir hier wieder Domme Mit der A Wer wird er den Mittel Pick versuchen Im Gegner Team wurde rein Geforst Mit einer Farmers Zwei Farmers Und jetzt sehen wir mal Ob hier was geht Aber sie gehen gar nicht für die Mitte Haben sie in der letzten Runde auch schon nicht gemacht Vulcanion Royal Bleibt Defensiv im Spot Auf A Domme kann ja nichts machen Youtube Steffen geht schon Das ist raus Jolo die ist vorne in der Banane Versuchen ein bisschen Alarm zu machen Jetzt in den Apartments Youtube Steffen In den Apartments Mit Cybermonkey Aimen den Teppichgang ab Teppichgang ist leer Future hingegen Aimt den Teppichgang ab Mal sehen ob es da jetzt ein Aufeinandertreffen gibt Steht auf den Kisten Nicht so leicht zu predikten der Ort Hat er ihn gesehen? Hat er ihn gesehen? Steffen hat er ihn gesehen Ne Wer war das jetzt? Ja das war der Pick Von Youtube Steffen Und da kommt der Gegenpick Jetzt muss der Ago Der Bgo kommen Corgi Meister traut sich nicht auf den Spot Ist natürlich unklar wo die Leute sind Und da wird er durch die Smoke geholt Wichtiger Kill vom Corgi Meister Ja sehr wichtig Und er predikt er dass da noch einer ist Cybermonkey kommt ja aber von hinten Also ist noch alles offen Kann er auf jeden Fall die Fracks noch holen Er plantet Und kann Ja ok Blatt ist gewendet Muss jetzt hier gegen Corgi Meister Kriegt den Frack leider nicht Maggi Traut sich nicht wirklich vor gegen Yolo D Er ist auf jeden Fall ziemlich bescheidene Situation für ihn Aber er holt noch einen Frack Yolo D holt den zweiten Frack Jetzt ist es alles offen Maggi geht hier für den Diffuse Hat er einen Diffuse Kit Er hat eins Und er holt den Pick Starkes Spiel von Maggi Sehr stark gespielt Und er kriegt den Diffuse Sehr gute Runde Wichtige Runde für Vulcanion Ja und wieder der Ausgleich 10 zu 10 Es bleibt spannend bis zum Schluss Ich bin gespannt wie es ausgeht Die erste Map Die haben wir bei Maggi Die AWP Da möchte ich doch jetzt gerne wissen Ob er für den Mitte pick Ei geht auf B Geht er offensiv ans K Tag 9 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 Und er schafft es nicht, in den Ausmeister zu springen. Jetzt wäre es wichtig, noch den einen oder anderen Frag zu holen, aber könnte schwierig werden. Kommenmeister steht auch dem Sieb und da ist der Headshot von Electrigger. 11 zu 10 nun. 11 zu 10 für Vulcanion Royal. So, jetzt haben wir die AKs. Auf der TS-Seite. AWP M4, FAMAS auf der CT-Seite und auch eine AK. Kobi-Meister mit der AWP geht direkt an Kabel, direkt defensiv. Vier Leute in Second Mid und Dom alleine auf Banane. Wird für den Pick geschaut. Arbeitet sich in die Banane vor. War hier ultra-weiß. Electrigger kann ja hier schon was prädikten. Dom hat sich schon an den Heuwagen oder an die Sandbags vorgewagt. Sehr defensiv wieder. Future steht auf Balkon bereit für den Rush, um hier die Frags abzuholen, aber es tut sich noch nichts. Es wird einfach gewartet. Es tut sich was, YouTube-Steffen. Nein, traut sich noch nicht vor. Korbi aimt eigentlich schon die ganze Zeit auf Dom drauf. Jetzt ist Movement da. Wird sich jetzt was tun. Und da sind die Steps in Apartments. Da kommt natürlich der Molotow. Schön gemacht. Ich denke, das war sogar ein kleiner Fake. Hier für den Argo. Und jetzt ist er doch da. Wird aber gleich gestoppt von Future. Korbi Meister kann nicht draus. Korbi holt den ersten Kill. Aber er schafft es nicht gegen Korbi Meister. Korbi Meister verschiebt über die Ziele mit dem Ausbau. Und Future wird hier durch die Kiste abgemetzelt. Die Bombe ist geblendet. Zwei zum Verteidigen. Und Korbi Meister mit der AWP. Wir werden sehen, was passiert. Er geht und wird safen. Macht Sinn. YouTube-Steffen oben auf dem Craveyard. Ist nicht mehr wirklich was zu holen. Und Korbi Meister rennt Richtung Ruin. Wahnsinniges Spiel von beiden Seiten auf jeden Fall bisher. Richtig spannend. Ich bin schon auf die nächsten Maps gespannt, wie es da aussieht. Aber bisher alles offen. Das 11 zu 11. Wahnsinn. Korbi Meister legt die AWP an Exit. Exit legt sie zurück. Okay. Wir haben fünf AKs auf der T-Seite bei Team Arise. Elektriker geht für den Mitte-Pick, so wie es aussieht. Aber defensiv. Yolo D steht in der Banane am Holzscheit. Aber tut sich nichts. Vulcanion Royale sehr, sehr defensiv auf den Spots. Macht es sehr schwierig für Team Arise hier rauszukommen. Da holt aber YouTube-Steffen den First-Pick auf A. Und dann kommt schon die ganze Meute für A. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann verschoben wird. Korbi Meister ist schon durch. Kann Exit hier im Pit noch den Rush aufhalten. Er holt den ersten Cybermonkey down. Elektriker holt den zweiten. Und da wurde er geholt. Korbi Meister rasiert rein. Ist jetzt auf dem Spot. Die Bombe wird gelegt. Maki ist aber in der Nähe. Könnte hier noch was machen. Wartet aber auf den Mate. Korbi Meister kommt über die Library. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass er jetzt hier gewartet hat. Und nicht überall drauf den Spot gegangen ist. Aber sehr schwierig jetzt hier zu holen. Und Korbi Meister hat Korbi Meister schon wieder. Und Dome wird hier. Er pickt die AK. Korbi Meister. Connected auf jeden Fall. Und zu zweit jetzt auf Dome. Und sie haben den Pick. Diffuser haben sie leider nicht. Hat er. Er hat. Er hat ihn. Er hat ihn. Er hat ihn. Ganz enge Kästen. Wow. Und sie haben die Runde abgegeben. Sehr schade. Es war eine Millisekunde wahrscheinlich. Wellblade noch gut den Platz gehalten. Das war der 12-12 für Team Arise. Ich habe mal geschaut eben. In den 8 Runden. Terrorseite hat Dome nur einen einzigen Kill geholt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Auf CT Seite sehr stark gespielt. Und auf Termin weiter. Ja ist schwierig. Ist schwierig. Wie gesagt. Vulcanion Royal ist hier sehr defensiv auf den Spots. Da hat Dome hier nicht wirklich was zum Picken. Das geht meistens dann beim Go. Gibt es dann. Und dann ist halt die Frage. Wer holt den ersten Pick. Dome schleicht sich hier durch. Geht offensiver. Hatte ich wohl gehört. Will jetzt den Pick holen. Geht durch die Apartments. Könnte jetzt hier ein Aufeinandertreffen geben. Mit Maggi und Dome. Dome hat sich hier extrem gut eingeschlichen. Und könnte jetzt hier den Pick holen. Und er holt ihn nicht. Schade. Maggi weiß jetzt wo. Exit weiß jetzt auch wo. Und jetzt steckt er ganz tief in der Klemme. Und da der Frack kommt. Unaufhaltsam. Exit holt ihn. Okay. Bombe down. Bitte. Ja. Das war's. Korgimeister und Yolo. Die gehen über die City Base. Sie schleichen. Aber Maggi versteckt sich. Maggi kann jetzt hier den Entscheidenden. Hit machen. Macht er nicht. Schade. Schön ausgehalten. Korgimeister noch mit zwei HP. Zwei gegen drei. Kann man machen. Dass sie die Waffen mit in die nächste Runde nehmen werden. 17 Sekunden. Ist auf jeden Fall zu knapp hier noch was zu machen. Vielleicht für den Pick. Aber mit zwei HP würde ich auf jeden Fall den Save bevorziehen. Und sie ziehen sich hier langsam zurück. Yolo die schaut hier noch für den Pick. Und sie nehmen die Waffen in die nächste Runde mit. Gute Entscheidung auf jeden Fall. Und hier haben wir wieder das 12 zu 12. AWP auf CT Seite bei Future. Und nur die zwei AKs bei Korgimeister und Yolo D. Future geht mit der AWP in den Pit. Geht Graveyard. Okay. Und das wird der schnelle B-Go. Mit den zwei AKs. Und da kommt der Entry-Frag. Der zweite Frag ist jetzt ultra wichtig. Die Granate hat gesessen. Und Dommelfeld connect. Elektriger schießt in den Smoke und trifft. Und die Granate könnte connecten. Schneller B-Go. Schneller B-Go. Aber auch schnell verschoben. Jetzt kommt es hier drauf an. Future in Ruin. Mit der AWP. Flasht raus. Exit geht für den Pick. YouTube-Steffen steht sehr defensiv. Cybermonkey bereit für die Kabelgänger. Und jetzt kommen sie. Zusammen rausgezogen. Hat Cybermonkey nicht wirklich viel Chance. Der Gegen-Frag kommt. Wichtigen Kill gegen Future. Die Runde haben sie sicher. Aber die Waffen leider nicht. Trotzdem. Schön gemacht. Schöne Runde. Alle tot. Exit hat es auch nicht mehr geschafft. Seine Waffe mit in die nächste Runde zu nehmen. Ja. Und das ist jetzt schlecht. Weil die Counter-Terrorists nicht wirklich kaufen können. Sie können reinforcen. Ob sie das machen. Ist die Frage. Aber die T's kommen dennoch gut durch. Mit vier AKs und einer Galil. Und die CTs machen jetzt mit der AK. Äh. Mit der Ecker-Runde. Wichtig jetzt für die CTs ist, dass sie extrem defensiv stehen. Wenn sie sich nicht pushen. Und. Ja. Corgi-Meister geht offensiv in die Banane. Sucht alles schön ab. Dom ist hier für den Entry-Frag. Könnt ihr schon. Er sieht Exit. Geht aber zurück. Kontakt von Corgi-Meister. Versucht es. Auch über die Mitte. Von den Apartments aus. Wird ein bisschen angefaked auf A, denke ich. Aber ich denke, der B-Go steht an. Die Smokes kommen. Leck Trigger steht schon zum Wechsel auf B-Side. Bin mal gespannt, wie schnell diesmal verschoben wird. Kabel abgesmoked. Und da kommt ein Frack. Guter Trade. Maggi kann ja nichts machen. Sind schon auf den Spot gefahren. Exit kommt. Bomb ist drauf. Was ist mit Maggi? Maggi wartet. Exit wird hier schon erwartet. Und wird auch schon dementsprechend empfangen. Maggi über Garten. Elektriker kriegt den Gegen-Frag. Domme wartet schon auf ihn. Domme wurde geholt. Jetzt ist nochmal wieder alles offen. Wie wird YouTube-Steffen hier den Spot halten? Und er holt den ersten. Und er holt den zweiten. Und er holt den zweiten. Die erste 2-0-Führung. Nach dem Map-Change. Bleibt spannend. Bleibt extrem spannend. Jetzt ist die Frage. Kann Team Arise hier das 15-12 rausholen? Oder gibt es ein 14-13? CTs können jetzt kaufen. Das macht es nicht einfacher. Banane-Aufstellung. Domme sucht wieder nach dem Entry-Frag in der Mitte. Aber er hat es sehr schwer hier. Die Vulcanian Royals machen es ihm so schwer hier einen Frag zu holen. Weil sie so defensiv im Spot stehen. Corgi-Meister macht hier ein bisschen Alarm. Und Domme guckt für den Frag. Aber er kriegt die nicht. Er kriegt die nicht. Maggi traut sich vielleicht davon. Aber jetzt... Elektriker steht bereit. Domme hat hier ein ganz schweres Spiel. Domme geht jede Runde dort Mitte oben. Die wissen, dass er wiederkommt. Da kommt die Smoke. Jetzt muss hier Elektriker... ...den kühlen Kopf behalten. Und da wird er geholt. Schön gemacht von Cybermonkey. Domme geht mit der Bombe. Exit alleine auf dem B-Spot. Exit alleine auf dem B-Spot. Wird geholt. Und Cybermonkey wartet auf die... Schön gespielt. Stefan... YouTube-Stefan holt hier noch den Frag. Und kann das prädikten im Hausmeister. Und er stirbt. Okay, aber ich denke... ...die Runde ist gelaufen. Waffe mit in die nächste Runde nehmen. Und das wird das 15 zu 12. Cybermonkey auf der Suche nach Maggi. Ja, aber... Er kann den Waffenverlust verschmerzen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt der Pick von Maggi. Und Corgi-Meister geht hier noch mal vorsichtig ran. Aber ich denke, ich würde hier auch nicht noch versuchen, groß was zu weisen. Wir müssen rein forsen. Wie werden sie nicht kaufen können? Ja. Da muss der Forst kommen. Eine AK noch in die nächste Runde gesichert. Das war extrem wichtig. Damit muss jetzt was gemacht werden. Jetzt könnte das 15 zu 16 zu 12 werden. Und die T's mit dem Full bei AKs, M4 und Galil. M4 bei Maggi und Future mit der AK. Ansonsten eine CZ und zwei BZ. Und da kommt das erste Mal die Granaten. Da wird wahrscheinlich ein schneller Bego predicted. Corgi-Meister holt den Entry-Frag. Und von den CTs sehr schnell verschoben. Elektriker ist hier schon bereit. Aber die Bombe geht auf A. Cybermonkey kann hier den Pick holen. Oh. Er kriegt den Frag nicht. Schade. Maggi ist noch auf dem Spot defensiv. Future. Aimed. Oben, up. Ist schon low. Und da kommt Dome. Er holt den ersten Pick. Und holt den zweiten Pick. Die Bombe wird gelegt. Und jetzt ist es natürlich wieder schwierig. Zwei gegen zwei Situationen. Timelack eben von Future. Woll gerade eine Nate werfen. Ja. Und da kamen YouTube-Steffen und Dome schon um die Ecke. Elektriker. Und Corbi-Meister. Corbi-Meister smoked. Up. YouTube-Steffen ist low. Und die Granate. Und der Frag kommt. Das 16 zu 12. Wahnsinn Spiel. So geht jetzt Team Arise ins 1 zu 0 beim Best of 3. Die nächste Map wird Mirage sein. Inferno war by the way auch die Map-Pick von Vulcanion. Das hätte ich vielleicht schon früher sagen können. Und da kommen die Drops. Arise hat Mirage gewählt als zweite Map. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir machen jetzt kurz eine kleine Pause von ein paar Minuten. Könnt ihr kurz auf die Toilette gehen oder euch was zu trinken holen. Ich bin gespannt auf die zweite Runde. Wie es weiter geht. Und dann haben wir gleich den Map-Change.